es ist hollohin ich will er sich wieder heil wir wohl heute haben wir nämlich die stadt und was dazu gehört erklärt sich jetzt mal der p.a. d y y und auf youtube noch ein y ja und zwar mit dem paper cut out oder paper cut texture pack was über das heißt ihr kennt es alle keiner mag es jeder kennt das und so und damit spielen wir halt weil ich denke irgendwann meinte stoßen auch damit spielt also haben wir uns mal gedacht jo machen wir es auch mal dann spielen mit dem fov auf normal weil der stoßen auch so macht und dann was haben wir noch spielen mit der geil größe auf groß also ich persönlich spiel immer mit größe auf klein oder normal gott ist das auch mit automatisch ja konnte spät ist noch größer ich weiß kann ich wahrscheinlich so spielen kann aber ja dann dürfen wir nicht schnell haupt gehen und müssen so ja das rein ziehen halt so nach hinten bauen ohne igel und so und ja natürlich konnte ja sowas gegen gegen sturmwaffe nope wir haben nichts gegen ihn ja genau wir haben uns gegen ihn und ja ist voll der coole dude und so und ja was ist das für eine map kotty die map die ist unbekannt unbekannte map leute oh mein gott vielleicht zu dem zeitpunkt hier schon bekannt für euch aber heute vor 20 minuten oder so keine ahnung ist die map rausgekommen die neue map jawohl wir spielen damit darauf mal sofort die challenge hier grün saft schon gold ne also ein bisschen schneller bauen hier ne ja ich bin ich bin gleich da geduldig ein wenig ok so und ja wir haben jetzt vorhin auch die challenge versucht aber da wollen wir wegflankt von dem typen der äh sagen wir mal eben die stärke geworfen hat einmal verloren hat gegen zwei neue kippte und da hat kotty ihn richtig gedrückt das kannst mal hier einblenden wenn du nicht zu faul bist wenn ich nicht zu faul bin und nicht aus racheln die aufnahme gelöscht hätte ja auf jeden fall grüße gehen an dich raus wurde geballert aber dann hat er uns zerstört genau eigentlich voller spaß ich hab das Gefühl dass ich keine range habe mit diesem fov ja ich bin bei grün also eine schnecke bin die keine range hat man ohne spaß ja das clown bett ist weg die ficken mich neun equipt die haben mich neun equipt geballert ja faddy ne bisschen mehr übung unser bat voller equiptablau in unser base komme unser bat ist auch so safe weg alter oh mein gott ist eingebaut nein 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 ich spiel die challenge nicht mehr ich hab mich fast geballert ich bin schon auf mein neb man sie kämpft mir ungefähr du hurra san okay es reicht okay wie kann sein dass du zu hause bist alleine bist Wir machen nachdem wenn du es jetzt noch schaffst Also wieder raus piepst Nee also das ist Unterhaltung Das war nichts gegen du weißt schon was Das war reine Unterhaltung Ey ich bin gelieft Ich muss es immer kurz anheimlich nachdommen Jungen Du kannst nicht zu Conti ist nicht springen Ich krieg ein kurzer Friend Toggel Jump Wenn du das noch gewinnt dann nehmen wir die Runde Wenn nicht Das war so knapp Weil ich hätte ihn so hart geballert Okay Du hast noch Clan vor dir Aber die sind schlecht Die haben wir so hart Ich hab ihn einfach so hart geballert Und dann hab ich keine Range mehr gehabt Hast du das schon Level 2 Goldschwert? Ach das ist auch schon eine Level 3er Brust Hör mal Bin ja bestens vorbereitet hier Äh so Spielt der auch mit Cobwebs? Ne ne? Keine Ahnung mach einfach Oh Oh Er wurde gefickt Cool Everybody down Everybody's down Dann auch immer das Gold Spawn Ich weiß es nicht Ah jetzt Da 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 Ciao Oh oh Da kommt wer Oh oh Du bist fast da Du bist da Du bist da Du bist am Start Du bist am Start Du bist am Start Leider nur 8 Gold Da ich im PvP PvP jetzt extremst behindert bin Hol ich mir lieber Ne Eisenschwert Und ne Rettungsplattform dann Ne Rettungsplattform Ne Rettungsplattform Ne Rettungsplattform Backpurten 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 Alle meine Entchen schwemmen auf dem See Schwemmen auf dem See Köpfen nicht ab Ah da sind da zwei die sich battlen Da kann ich mich einmischen Oh der ist es Low Der ist jetzt ein richtiger Low Bob Da ist der Clan Ne Ja Ja Die sind doch mal Hast du in der Tat Recht Oh die haben Bogen Ok ich bin weg Wie dann musst du vielleicht eine funktionierende werfende EP werfen Funktionierende werfende EP werfen Alles klar mate Ach ne Als ob der jetzt mit Bow kommt Der will grüner dich ficken Der singt sich an Und hinter dir vor dir Blau und grün Die machen Team Die machen Team Pass auf Bruder pass auf Der blauer Bogen Mit der ist in der Mitte Du kannst die ficken Ich kann hier gar keinen ficken alter Bleib bisschen rum Bleib bisschen rum Lass die battlen Lass die battlen Stopp ab Stopp ab Stopp erst wenn einer tot ist Weil da kommt noch niemand Ja ja Du baust gleich da Du baust gleich da Du baust gleich da Weil die grüne nur ein singeln alter Geht zu grün Geht zu grün Geht zu grün Oh du bist so dumm Du hättest zu grün gehen können Da war niemand base Jetzt wirst du gepoppt Du wirst gepoppt hinter dir hinter dir Gotti nein Bitte wird nicht gepoppt Mann Ich save jetzt meine 5 Gold Alter und mach doch aus dem Bogen Erstmal Hinter dir Hinter dir Ja ja der soll kommen Ich darf ja nicht schnell shoppen Das ist eine riskante Aktion jetzt Ja und lock dir einfach runter wenn er kommt Er ist da Er ist da Kotti Kotti Er ist da Alles easy Alles easy Nachschub Du kannst dich verpieseln Ohohohoho Alter richtig intenses Schwitzen hier Oh my god Oh Gott Mein Aim Hä hab ich sie nicht getroffen? Oh Petty Petty Wer du wärst? Wann spawns Gold? Könntest du es sehen? Äh ne Tut mir leid bin Spectator Spectator könntest du es nicht sehen Uff das ist ein Nachteil Aber ich kann sehen dass du ähm Miss Team Zuffy kennen Ich kann was anderes sehen Ja 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 Die grünen sind schlechter ne Äh Das kann man doch nicht sagen ne Das Kann man doch technisch ermitteln Aber dazu haben wir nicht die fehlen Geräte Erdbogen A B B Zwei blaue kommen in die Mitte Ein fulle copies tot blau Aber der grüne steht und boost bammt und hat nur noch back Nun nicht Ich würde an deiner stelle grünen töten mit Bogen Äh Der blau hat überlebt Er hat Blocker Magic gemacht Mit er unter dir Aber die kannst du nicht treffen Der grüne kommt von der creeps mit Bogen Bogen alter Der grüne und der blaue sind da Ich würde dir mal ballern alter Der blaue ist noch eine Kürze und der grüne ist ab Bogen Und der zweite grüne kommt auch mit Bogen Du kannst dich hoch bauen Bau dich hinten hoch Und beide grünen in der Mitte sind dann einfach durch Wenn die dich treffen ist ja egal Weil die dich dann äh Nur ähm Frontal treffen und dann du nicht zur Seite fliegen kannst Dicker Michi alter Dich treff ich besser Ok das war doch Ok das war doch shortened Der iPhone Der es kommt vier Der Alter Der Ja ich weiß ich will doch nur noch was gold saven mate Das essere Gold saven память Nos Ja ja Musser noch 2 und 없อus seseln So, da ich ja ein Smurf bin, kann ich erst recht nicht mit Angel spielen. Oh Gott, das... Oh nein! Ich hab was nicht beachtet. Was ist los? Ich kann doch keine EPs werfen. Ja, das darfst du schon machen, du darfst vorrichtig werfen, alles gut. Ja, aber wie bitte? Mit so einem FOV kann ich nicht zielen. Ja, musst du doch wohl das machen. Oh Gott, wie sieht die Enderperle aus, ey. Welche Team soll ich eher auslöschen? Ich weiß es nicht. Okay, Grün hat nur noch einen Spieler, das heißt Blau wird jetzt mein Target. Richtig so. Stärke süppeln. Stärke gesüppelt. P habe ich. Äh, zwei... Wenn du jetzt wirfst in die Base und Clips, dann hast du den Bad Save, weil die beide, äh... Vordi in der Mitte stehen. Und wenn du jetzt werfen würdest, dann würdest du das sicher nicht bekommen, weil... Ich weiß nicht, der Weg ist soweit. Ja, gut, dann ballert ihr erstmal, der eine ist da und beide. Jetzt kannst du die beiden Runcube jetzt kannst du loslegen und die Meisterung was Challenge picken, gewinnen. Wenn du die nicht triffst, Mann. Und geht jetzt zurück in die blaue Base. Bist du da? Ja, du bist... Ja, der kommt jetzt zu dir. Der hat Bogen erst bämmt dich. Woppt dich nach Hause und dann, äh... Ich weiß halt nicht. Ich habe auch noch ein schickes Geschenk für ihn, wenn der hier mal runterkommen würde auf meinen Weg, dann wäre das schön. Oh, oder er in die Mitte geht. Wenn er jetzt in die Mitte geht, ist er richtig dumm. Erst beim Tatenbogen. Ich will nicht noch eine Aufnahme machen. Ob dich nach Hause, wenn du überhaupt voll hast. Hast du noch ein EP oder was? Nee. Ja, ob dich nach Hause, der trifft dich. Nee, ich jetzt trifft, du bist down, halt. Ja, du wirst den Banner, weil du stärker hast, du bist komplett scheiße. Ich würde jetzt schnell drauf gehen, bevor deine Stärke ausläuft. Wo ist der? Warte. Der ist... Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Gotti, bitte. Die Schafe würden die Ballen. Geh, save die Schafe, Ballen. Oh, der ist so low. Nice. Jetzt kannst du ihn dir getten. Hast du Waps dabei? Acht Stück. Zu wenig, nochmal zurück, 80 kaufen, dann passt das. Dann will ich es resignen, pass auf. Wap, Wap. Okay, verlasst. GG. GG Leute, oh mein Gott. Fast eine Schwitzerrunde, 15, 30, okay. Wenn euch die Runde gefallen hat, dann schaut doch mal beim Penny vorbei und lasst ein Like da. Hast du noch was zu sagen? Nee. War eine spannende Runde, würde ich sagen. Leider ohne dir. Leider ohne dir. Leider ohne dir. Ja, leider ohne dir, Lan. Ja, Lan. Okay, dann schaut beim Penny vorbei. Bis zum nächsten Mal und... Tschöneiese! Bis zum nächsten Mal.